Diese zum Kauf angebotene 7-Zimmer-Villa befindet sich im Kreis Viersen. Das im Jahr 2002 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Keller und drei Garagenparkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 5500 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 400 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 1.380.000 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.